Musik Hallihallo, herzlich willkommen! Ja, es geht weiter mit Wet Dad Widomchen! Und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben an diesem Zufluchtsort hier namens Fort Mercer wo sich die Menschen hier verschanzt haben als letzte Hoffnung zu überleben und darauf warten, bis ein Kerl oder ein Mensch vorbeikommt und sie rettet von den Qualen und ich denke mal, wir sind die Personen und wir greifen sofort an indem wir die Anzeige von der Wand abreißen und eine vermisste Person hier retten Ja, das machen wir So Finde Wie heißt sie? Millicent Waterbow Was? Waterbowy? Keine Ahnung Und Apropos Ich hatte einen kleinen Arbeitsunfall für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben Ich habe mir fast den ganzen Finger abgehackt und ich war nicht in der Lage, weitere Videos zu drehen Und dank Gott und dank den Ärzten geht es mir jetzt besser Und ich werde die linkeren Tasten des Controllers mit meinem Mittelfinger betätigen Also wundert euch nicht Falls ich schlecht spielen sollte Es kommt daran Da ich mit dem mittleren Finger halt betätige Aber egal, es geht weiter Und ganz nebenbei Morgen werde ich Multiplayer-Videos drehen Da es viele mal sehen wollten, wie der Multiplayer abgeht Und ich glaube mal Es werden morgen keine weiteren Folgen von der Story folgen Gut zu wissen Ja, wir machen uns jetzt auf die Suche nach der jeweiligen Person Ich habe das Spiel vermisst Weiter, weiter Was willst du jetzt? Nee, ich bin nicht hungrig Weiter Lass mal stecken Ja, und wir sind da Ja, hier ist so eine kleine Hütte Vermute mal, dass die Person da drin ist Ja, und die Zombies sind schon da Versuchen reinzustürmen Oh Hey, stopp das jetzt! Ja, die verstehen nicht auch Ja, direkt die Dead Eye Funktion wurde aktiviert Und wir versuchen alle Zombies hier Zu kriegen Aber Ich glaube Zwei Zombies werden wir Ego erledigen müssen Oder ein Yo, geschafft Ach, was mach ich da So Das haben wir jetzt Fast geschafft Wir müssen noch zurück Rein nach Fort Mercer John Marston Boah, Alter, wie viele Zombies Ich will jetzt mal mit der Waffe hier draufschießen Mit dem Sprengewehr Komm Boah, was für ein Burner, ey Ja, ichBC Immer in all meiner Leben Ja, ich meine Gott helfen uns Komm Komm Los 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 Massa Station Das ist alles meine Schuld. Was sagst du denn? Ich küsste einen Mann und wir waren noch nicht betrachtet. Hier sind wir. Ich kann es nicht sehen, dass wir von diesem Ort wegkommen. Ja, aber wir sind schon da. Komm schon! Wie ich gesagt habe, danke. Herzlichen Glückwunsch zu helfen, Herr Marston. Danke. Ja, und wir sind der Auserwählte. Ja, semi-automatische Pistole. Fett. Korrekt. Übelst. Ja, wir können jetzt hier weitere vermisste Personen aufsuchen, aber das werden wir jetzt nicht machen. Da es vielleicht für euch langweilig wäre, wieder das gleiche zu machen. Oder zu sehen. Und was ist hier? Heilmittel für die meisten. Ja, wir müssen jetzt hier... Das ist die nächste Mission. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Pflanzen wieder pflücken. Für das Heilmittel. Das ist jetzt auch nicht so weit weg. Da müssen wir, ich glaube, hier den Hügel runter, wenn man was hat. Ja, das ist schon da vorne. Oh, diese Wölfe, die gehen mir echt langsam auf den Sack, ey. Ja, ey. Ja, ey. Ich schwinde. Hohoho. Wee. Wes Dickens. Das untersuchen. Ja, die Zombies kommen schon mal wieder. Man hört sie. Und bringe die alten Teile zurück in... Das war zu. Nee, gelbes Ding. Sorry. Ähm. Ich schau mal kurz wieder auf die Karte. Ja, wir machen direkt eine Markierung. Was? Was willst du? Ja, wieder so ein komischer Kerl, der seine Frau gefesselt hat. Okay, das haben wir selbst selber gemacht, aber egal wie. Bei uns ist das eine Ausnahme. Wir öffnen mal die Truhe, mal gucken ob er jetzt angreifen wird. Und ja, er holt direkt seine Waffe raus. Und wir haben ihn direkt aus der Hand geschossen. Und einen Kopfschuss hat der auch noch bekommen. Und ja. Tut mir leid, Kollege, aber so ist es. So ist es. Fass! Hm. Ein paar Schreie hört man mal wieder. Ah, ich kann mich jetzt nicht die ganze Zeit um die Sachen hier kümmern. Wir müssen auch mal vor Ort kommen. Hm. Wir sind glaube ich schon da. Ja. Ja, psst. Wes Dickens! Äh, Nigel! Wo bist du, O-Man? Ha, 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 ha. Es ist besser, dass ich dich getötet habe. Unter hier! Geht raus! Du bist alleine? Nein. Ich bringe die großen massen Hordes der Ungarn mit mir. Natürlich bin ich alleine. Oh. Ja. Es ist nicht die Ungarn. Ich bin Angst, mein Junge. Ha, ha. Ich liebe sie. Es sind die normalen Leute, die ich nicht stand. Was ist passiert? Was ist passiert? Nein, nicht so. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts stolen. Oder sogar lieb. Ich habe nichts getan. Was dann? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich sage Ihnen, John Larson, ich habe schon seit Jahren verkauft, von hier zu Timbuktu. Und niemals gibt es eine Dämonische Bloodlust oder die Ungarnung aufzunehmen. Es ist preposterous. Okay. Nein. Sie wollen mich schrauben. Ich bin ein Honest Salesman. Kannst du das glauben? Der Merchand der O-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf. Ich bin nach links. Ich gehe nach Mexiko. Ich sehe, dass es viel besser geht. Nichts, die Klima und die gute Fähigkeiten. Aber auch die merciful, die cannibalistische Morons mit infectious diseases. Oh, hast du die Bits- und Bobs-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf-Wolf? Sure. Ah, ha, ha. Excellent. Just a moment. Okay. ... ... ... ... ... Alter, er schmeißt die alles um sich. Du hast schon lange mit den Kädchen und Kädchen gehalten. Du hast die Kompassion des Mass-Murderer und die Intellektion des Cow-Pattys. Ich stehe deine Hoffnung in diese Kugel, wo die Sonne nicht schreit. Das ist die Wettbewerb für Dämonische Horde-Killers überall. Von Rumänien, Edinburgh und all die anderen Pläne, die Undead-Rome. Du kannst ziemlich alles in die Kugel ein paar Böger wegnehmen. Das macht deine Riefel wie ein P-Shooter. Du besser nicht zu mir ließ. Aber ich lebe dich, John. Für die anderen ich über die ... ... die, äh ... ... die Verwünschen, aber zu dir, das gar nicht. Jetzt ... Oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Ah! Jetzt ... Ich gehe zu Mexiko. Du hast eine Chance, dass ich dich dort verhme? Jo Leute, es geht weiter mit dem nächsten Video.